Hoi! Die Freundin ist auch dabei? Sicher? Nina! Cindy! Titi! Warum sind wir heute hier? Für Schweizer Reggae Musik zu hören. Ich grüße euch miteinander. Wie heisst du? Ich weiss es nicht. Ich finde es tiptop. Man kann wieder draussen sitzen. Das Wetter wird geiler. Es wird wärme. Ich kann grillen mit den Jungen. Alles ist gut hier. Alle, die hier mitgearbeitet haben. Ich sage Merci allen, die sind gekommen. Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Jahr sicher noch einmal. Hahaha. Ey, liebe, wenn das Bier 10 Minuten nach dem Trinken im Korpsen richtig Topfen spürst. Ja. Kommt das in den Fernsehgau? Es wäre besser, wenn sie 3-4 Boxautomaten mehr machen würden, damit die Rekorde wieder abbrechen kann. Sag mal. Das ist alles von der Baustelle. Ich fülle dir ein Knobelbrot oder sonst vorne an der Bar hat es einen geilen Hamburger mit drin. Alles tiptop. Ich bin wie die Finger. Hast du eine Flirtstrategie? Mein Charme. Okay. Sind die schönsten Frauen, die es jetzt gibt? Weil das für eine Musik würdest du die Leute bei diesem Wetter motivieren? Ja, die guten alten 90er Jahre. Ja, das ist gut. Und funktioniert es? Von vorne, schau. Ich sag schon mal, ey, so Armachsprüche. Die gehen wirklich hinten rein. Das kannst du nicht machen. Was macht es eine Besonderung so in einer Berge? Es ist ein sehr herziges Städtchen. Und die Häuschen. Die Leute, die da auf dem Fenster sind, socken. Einfach super geil. Du bist mein Star von der Produktion. Wie viele Wurstchen hast du jetzt oben verkauft? 20'000. Sie sind neben dem Schafen auch noch zum Fest gekommen? Natürlich. Hallo? Wir kommen von Biel. Pure geil. Ja, voll. Es war das Beste. Et ce soir, nous sommes au bord du Lac-Bienne. Il y a le Big Bang. C'est un feu d'artifice avec des barres des Sondes. Wie alt wird die Schweiz heute? Gute Frage. Ich als Patriot weiss das. 725-jährig. Woo! Ganz gut. 13. Morgen, rota Heer. Sechs dich im Strahlen wird. Absolut. Wenn wir jetzt sterben, dann werden wir uns abziehen. Wie würdest du es zu jemandem die Kulisse beschreiben? Es ist schwer. Es ist etwa gleich beschreiben vor Liebe. Das kannst du auch nicht beschreiben. Du musst es einfach erlebt haben und gesehen haben. Warum bist du hierher gekommen? Um unsere gute Tradition hier in der Schweiz zu pflegen. Mit dem Schwingen. Mit dem Jadlen. Rock'n'Roll, baby! Ja, 50 Jahre Hosenträger fliegen. Ist noch cool, ja. Wie kommt das ab im Publikum? Ja, sehr gut. Also ich bin sehr überrascht. Super. Wenn mir jetzt gefallen. Es war mega toll. Super. Also, super. Ich schlücke Helium und fliege mit dem Helium. Die flüstern dir in die Zahl. Sa va? Wie geht's noch? Sehr gut. Nach dem Konzert immer, Mann. Cool. Das erste Mal auf Eis. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.